Und jetzt haben wir eine Einmeldung für Sie, denn seit dem frühen Morgen ist die Hamburger Feuerwehr wegen eines Großbrandes im Einsatz. Und zwar im Hamburger Hafen sind 60 Tonnen Metallschrott offenbar in Brand geraten. Die Feuerwehr, die warnte die Anwohner auch bereits vor dieser Rauchwolke. Gut 70 Einsatzkräfte sind vor Ort, um diesen Brand zu bekämpfen. Wenn wir weitere Einzelheiten haben, dann werden wir sie natürlich umfassend informieren im Verlauf unserer weiteren Sendungen. Und unsere Reporter sind bereits auf dem Weg dorthin. Untertitelung des ZDF, 2020